Ja, ist ein super Restaurant und wie schon gesagt, mir geht es nicht so gut für Stress und viele Bekannte verloren und ja, viele gute Freunde und in YouTube bin ja ein bisschen aufs Blut gedemütigt worden, dann sucht man halt Gleichgesinnte oder ja, wo man sich Zählenbaum lassen kann, auch vom Alltagsstress überhaupt und und das ganze Stress um mich herum und das ganze Sache und das ist ein Freund von mir unter dem Superrestaurant, das beste Essen, günstige Preise und dann könnt ihr alle nachgehen, was man halt zubereitet, ja. Hochkonzentriert bei der Arbeit. Also hat man auch Trompeter, dass ich ein bisschen Wärmung für ihn mache, ja und ja, das mache ich jetzt. Ist ja ein ziemlich großes Lokal. Ja. Es hört nämlich auf, da hinten, ne? Ja, okay, groß, relativ groß, gibt größere Lokale. Aber schön gemütlich. Ja. Ja, Fett schon ganz gesehen. Seh, seh. Also, machen wir, ja. Ah, oder? Ja, oder? Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.